Seid ihr alle hier? Okay, vielleicht nicht alle. Nein. Jo, Freunde! Willkommen zurück zu Division 2. Mit den altbekannten Frank, Max, ich und den überkräftigen Typen Kevin, der heute nach vorn geht. Denn, ja, er hat gechittet und deswegen hat er jetzt hier Rang 800 und hat alles. Ja, ne, keine Ahnung, wie das passiert, das wissen wir nicht. Ist halt doof, weil jetzt die ganzen Levels sich über 70% gesteigert haben, leider. Ist halt doof. Du hast deine Levelanzeige noch nicht gesehen, oder? Alter, denn seine Lebensanzeige ist einfach dreimal so groß wie unsere. Also, ich habe schon gechillt, Alter. Eher in der Safe. Nein, ich mache es nicht. Hoffentlich schön, dass die Entwickler... Glaubt, wenn ich nicht gebannt werde, Jerome, dann habt ihr ein Problem, dann können wir nicht mehr zusammenzocken. Ja, du wirst ja nur von dem Spiel hier maximal einfach... Ne, Leute, alles gut. Wollen wir? Also, die erste Hauptmission ist eine Hauptmission beim Theater, Stufe 13, wohlbemerkt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir leveln. Ich hoffe natürlich ein bisschen besser. Ja, wir haben 13 von 33, ich hoffe nicht, wir sind erfüllt. Ich hoffe natürlich besser wie vorhin, wie beim letzten Mal. Ja, ich hoffe, dass die Liefkoppel ist gerade eben immer noch, ne? Echt nicht? Ja, die Liefkoppel ist gerade noch. Achso. Ich hoffe, ihr steht jetzt gleich in der 28-Gegner reinrennt. Ne, das ist Stufe 13. Was wir jetzt haben. Ja, das ist ja egal. Im Gebiet ist das ja egal, wo die Gegner sind. Ja, das stimmt. Nein! Nein, da waren Gegner, egal. Ich hoffe jetzt einfach... Oh mein Gott, hier sind ganz viele Gegner. Können wir, können wir... Leute, es sind 28. Hab ich doch gesagt. Ich glaube nicht, dass das heute was wird. Du Scheiße. Ja, wir müssen heute... Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Das wird ein Reinfall. Scheiße, was sind denn, dass ein Gegner ist, ja? Feinde, Stufe 28. Ich sag ja. Ja. Aber das ist halt trotzdem doof. Aber gut, wir können die trotzdem killen. Alter. Was ist das denn? Äh, ab und zu, wir sind noch ab und zu, wir sind heute unterwegs. Ja, vorne. Ja, ich weiß. Die Typen gibt es auch noch. Das ist ja. Also die Hauptmission ist noch... Na, 600 Meter weg. Aber auch fast die, die. Die haben wir noch. Da hinten ist noch einer. Äh, da ist irgendwas. Hinter dir. Kevin. Ja. Wir könnten eigentlich weiter, wenn wir wollen. Ich finde es schön, dass wir nicht daraus lernen, wenn wir trotzdem vorlaufen. Was, was meinst du jetzt mit Vorlauf? Ja, ist jetzt auch am Ende. Ich glaube sowieso nicht, dass das so, ich glaube sowieso nicht, dass das so gut funktioniert, wenn das jetzt so schon ist. Wir sind ja nach einer Cookie schon gestorben. Also ich glaube nicht, dass das so gut funktionieren wird. Guck mal. Hier sind Kisten gekommen. Äh, Nachschub. Hier sind irgendwelche Kisten, glaube ich. Oder kommen die noch? Oh, Gegner, 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 Gegner. Jo, die Nachschubkisten sind gerade angekommen. Die können wir looten. Da gibt es übelgeil einen Loot, Leute. Können wir mich um die Gegner, macht mir den Loot. Kann sich jeder eine Kiste nehmen. Okay. Boah. Äh, ausrüsten. Kevin ist gleich tot. Äh, das sieht bei euch nur so aus. Nachschublieferung eingenommen. Das ist dieselbe. Geht mir ganz schön auf den Sack, ich soll sich meine Arte abgeben. Ich sehe vor allem nichts. Boah. Ich frage mich halt. Was liegt da so? Ach. Alle Kisten sind leer. Oh nice, aber die Kisten sind gar nicht so schlecht. Hier ist eine Muni-Box. Irgendwo hier. Hier ist eine Muni-Kiste. Worauf schießt ihr? Ja, nein. Meine Waffe. Aber Gegner ist das, aber... Mein Maschinen-Gewehr ist ungenau. Max, machst du das? Ich... 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 Ich frage mich am besten an die Mauer. Hast du den? Die gehen sogar! Na, ich... Ich dachte, die sind an sich nicht schwer. Man muss sich halt mehr in Deckung halten. Ja, die gehen sogar. Okay, wir könnten weiter zur Mission, bevor es noch schlimmer wird. Was ist denn da? Noch den Scheiß mitnehmen hier? Hier. Ihr habt hier sehr wahrscheinlich überall so Standardzeug rumlügen. Und bei mir ist alles Gold, was hier rum und geil ist. Ja, wir haben nur Standardzeug. Ich glaube auch nicht, dass das so gut funktioniert, was du sagtest mit den Leveln. Da bin ich mal gespannt. Aber vielleicht ja schon. Also zumindest besser. Ja, wie gesagt, normal müsste es funktionieren, ja. Dann müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Noch 170 Meter. Achso, du hast doch die Drohne schon rum. Drohne? Ne, nicht mehr. Ich habe jetzt diese fahrbaren Dinger, die explodieren. Ich habe die Drohne erstmal ausgetauscht. Ne, weil meine Drohne hat jetzt... Also, ja, ich weiß, du kannst sie bis zur Dings ausstufen. Das war ja auch mein Plan. Hier waren wir ja schon mal, aber wir müssen ja nochmal hin. Das hat nämlich hier nicht gespeichert. Oh, das ist schon wieder eine neue Emission. Das werden wir dann gleich sehen. Das ist ja eine neue. Das, oh, das stimmt. Das könnte so sein. Das müsste gleich in eine Cutszene kommen. Ja, oh, das müsste ein neuer Ort sein. Ne, warte mal. Ach Gott, wie viele Leute müssen wir denn hier sprechen? Treffen Sie sich mit Odesa, okay. Oh, Cutscene? Geil, Cutscene, geil. Ah, okay. Das ist ein neues Ding. Okay, ne, das ist neu hier. Muss ich erst mal gucken, wo ich hin muss? Hier auch. Gut. Gut, wir müssen hier hoch übrigens. Du magst Strom, ich magst Strom. Achso, das sind bloß neue Leute. Ich warte mal auf euch. Äh, ja dann. Gehen wir mal rein. Hey, Agen. Schön, Sie zu sehen. Sie haben etwas Undenkbares getan. Ich würde jetzt was einfach bei uns sagen, mein Lieber. Ich glaube, Kelz und ich haben beide vergessen, wie wichtig das ist. Ich bitte Sie ungern um mehr, wo Sie doch schon so viel getan haben. Aber, wenn Sie zufällig in der Nähe des Polizeihauptquartiers auf der Indiana Avenue vorbeikommen, könnten Sie mir bei einer persönlichen Sache helfen. Nichts Dringendes. Aber es würde mir viel bedeuten. Hey, da komme ich mit vorbei. Neuer Einsatz. Okay, wartet mal kurz. Sie müssen mal mit rum. Ja. Ich guck mal kurz nach, was wir hier... Da läuft ein Level-Stube rum. Oh mein Gott. Okay, ähm, die... Die Schwierigkeitsstufe 28 wäre dann 52.400 XP-Punkte. Und bessere Rüstung. Ja, das wäre ich ganz gut. Aber wir müssen erstmal eine Hauptmission machen. Stufe 15. Ja, das können wir auch machen. Ich hab dich... Da sehe ich... Da sehe ich... Im Problem. Ne, das müssen wir sogar machen. Das ist mir vorgegeben. Die Campus-Siedlung. Aber wir müssen erstmal warten. Ach so, Frank ist rausgeflogen. Ja, ne. In dem Level-17-Ding, was wir ja mal hatten, da haben wir das ja auch fast geschafft. Das sollte... Ja, aber die anderen Missionen, die kommen... Ich hab mal geguckt, die sind alle 28 aufwärts, leider. Bis 30 und dann hört es erstmal auf. Ja, du bist rausgeflogen. Da oben steht bei mir Frank Star 9 Kilometer. Ja, der ist rausgeflogen. Aber ich muss mal kurz kurz gucken, fragen, wo du gerade gleich bist. Wir müssen sowieso wieder zurück. Er ist hier. Ach so. Ja, also wir müssen jetzt den ganzen Weg eigentlich zurück wieder. Und noch ein Stück weiter. Ja, wir gehen in den E-Rollern. Ja. So ausklappbar am Rucksack hängen. Ja. Ja, da wird ein U-Funktion. Ich hab gerade was gesehen. Ich seh halt auf meiner Map, dass ich mit allen Leuten hier sprechen müsste. Die hier rumlaufen. Ja, wenn wir unter... Das ignorieren wir mal, weil sonst dauert das hier noch ein Stück. Ja, machen wir dann später mal. Ja, dann... Ja, wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal hierher irgendwann. Was ich nicht ganz verstehe über unseren Level, neben unseren Level, das habe ich zum ersten Mal jetzt gesehen, das steht doch zum ersten Mal da, steht gleich mal Stufe 20 da. Oder das ist das, was hochgepusht wird durch Mainz. Dass ihr in der TfV jetzt Level 20 habt und in der Praxis dann aber wieder Level 9. Oh Gott. Ich glaube, die haben es gesehen. Ja, die haben es... Alter, vielleicht laufen wir einfach. Ja, machen wir einfach. Wir müssen jetzt alle... Oh Gott, oh Gott. Nicht stehenbleiben, Leute. Wir machen... Wir gehen hier durch. Hier oben ist gut. Echt? Waren wir schon mal. Gehen. Hier? Hier hin? Müsste jeder öffnen können. Jo. Okay, jo. Gut zu wissen. Hier warst du schon mal. Hier warst du schon mal. Das ging gut. Da, wo noch mein alter Charakter vorhanden war, da habe ich einfach mal ein bisschen rumgelogen. Okay. Gegner? Die müssen wir leider wegklatschen. Da ist auch ein Lieder, ne? Ja. Das ist selber noch mehr überlassen. Lol. Du hast denen gerade einen Schuss gegeben. Danke. Du hittest die zumindest gut an. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel machen. Das geht, denke ich. Das kriegen wir... Vielleicht kriegen wir das wirklich hin. Normalerweise kriege ich so hin. Wobei, ich schieße sie mit der Pistole fast tot. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie stärker sind. Aber das ist eigentlich... Kann ja eigentlich nicht. Eure Lesen werden zwar nicht stärker, aber eure Kraft schon diesen Jahr dann mal 20. Ja, genau. Aber ich bin gleich Fratze. Der kommt von links. Doch nicht. Ich bin von ohne. Äh. Gibt schöne Zahlen. Oh, Frank ist gleich hinten. Ja, ich auch. Das ist tot. Da kommt noch mehr. Der hat einen Bogen. Tot. Vor mir. Bei den Autos. Ich mache schon wieder nachladen. Also irgendwie sind die... Irgendwie sind die schwächer als angenommen, aber kann ich mir auch nicht so vorstellen. Das darf nicht täuschen, weil wenn die dich anhüten, ist das okay. Ja, na klar. Das habe ich schon gemerkt. Gehen wir dann weiter. Noch ein Kilometer. Das ist halt ein Stück leider. Hier ist nämlich das weiße Haus. Wir müssen aber jetzt hier rechts. Ort für Geheimauftrag wurde entdeckt. Was für Geheimauftrag? Den Geheimauftrag finden. Ist das hier drinnen? Aber ich wollte eigentlich die Hauptmission machen erst mal. Wollen wir einen Geheimauftrag machen oder wollen wir erst mal die Hauptmission weitermachen? Ich wüsste halt, ne? Das ist egal, ne? Weil hier, passt auf, hier. Genau, hier in diesem ganzen Haus. Also hier, passt auf. In diesem Haus, irgendwo hier in diesem... Ich weiß nicht, ob ihr diesen Kreis auch seht. Hier muss irgendwo ein Geheimauftrag sein. Eingang müssen wir da finden. Könnten wir ja machen. Komm. Lass mal gucken. Eingang finden müssen wir. Also hier ist kein Eingang. Loot. Loot? Loot? Alle zurück. Loot holen. Oben. Ja, das kann nur einer mitnehmen. Hier ist auch Loot. Frank, hast du die Kiste? Dann mache ich die hier. Oh. Stufe 9 Sachen. Ach so, man kann das doch mitnehmen hier. Okay, Frank, dann weiter. Guck mal, da ist auch noch Loot. Kannst du es auch rein sammeln? Ich hoffe natürlich. Ja, genau. Also wir müssen hier dazu einen Eingang finden. Hoppala. Mal gucken, vielleicht findet ihr den eher. Da ist so ein Schild. Also hier muss irgendwo ein Eingang sein. Ah, hier drinnen ist noch was. Er sagt mal, wo noch Loot ist, ne? Weil wir sehen das nicht. Wir wissen das ja nicht immer. Ja, dann nicht gut. Oh, geil. Guck mal, hier müsste noch eine Hose sein. Hier ist echt viel Loot. Aber hier muss irgendwo ein Eingang sein. Ein Geheimeingang. Also den Geheimauftrag ist das. Aber wir müssen hier irgendwo ein Eingang sein. Muss hier sein. Zu diesem Objekt. 50 Meter steht bei mir. Eingang finden. 50 Meter und 40, 30. Okay, hier ist eigentlich gar nicht so schlechter Loot. Warte mal. 37, 36, 35, 34, 29, 27, 26, 46, 19, 18, 17. Headset grün. Geil. 7, 6, 5, 4. Hier muss irgendwo ein... Kevin? Guck mal hier. Max, guck mal hier. Guck mal her, Max. Wenn du bei mir bist, ne? Hier. Hier ist bei mir 5 Meter. Also wie bei uns. Hat jemand ne Idee? Warte mal, einer fehlt davon, oder? Kevin ist doch gar nicht hier. Doch. Also bei mir stehen die Phone gerade 5 Meter. Ich glaube, ich hab den Eingang gefunden. Ich hab keine Ahnung. Wo bist du denn? Du hast den Eingang eventuell gefunden. Erzähl mal. Guck einfach mal hoch zum kaputten Fenster. Ich weiß nicht, ob das kaputt ist. Ja, oben. Da oben? Lol. Da kommt man aber gar nicht rein. Es muss ja einen Weg geben, wie man hier auch so reinkommt. Also ja, das könnte sein, aber das ist eher der Ausgang, nicht der Eingang. Da kommst du gar nicht rein. Also wir müssen mal gucken. Ich bin ja noch nicht ringsherum gelaufen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Man muss hier auf jeden Fall... Hier ist zum Beispiel doof, weil hier steht bei mir 6 Meter. Ab hier, wo ich hier stehe. 5 Meter. Wo ich hier bin, Leute. Steht 5 Meter. Aber meistens nie was zu heißen. Eingang unten. Bei mir steht unten. Feier nach unten. Ne, das kann... Also vielleicht muss irgendwo... Muss es hier rum... Ja, ich geh mal ringsherum. Ein Geheimeingang ist das. Eingang finden. Na ja, mal gucken, ob wir was finden. Hier irgendwo muss irgendwo der Eingang sein. Kann man die Kiste nur mal wieder öffnen oder irgendwas? Ah, guck mal hier. Ah, da war man ruhig. Das ergibt schon mehr Sinn. Kommt mal komplett rum, Leute. Wir haben hier was gefunden. Aber ob das hier ein Eingang ist... War hier noch Loot, Kevin? Also wenn ja, sagt das bitte. Ja, also hier ist die... Ja, ja. Die... 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 Ja, also kommt mal mit zu uns. Hier ist nämlich Loot. Hier auch. Also ich weiß nicht, ob ihr das findet. Wir warten auf euch. Also wir sind drin, aber Kevin warten wir noch, bis wir reingehen. Ah, hier ist der Eingang. Ja, wir haben Eingang gefunden. Loll. Stufeaufstieg. Stufe 10. Ja. Angeblich steht da jetzt nur noch eine 19 von 20. Also fehlen uns noch 19 Löffel. Okay, alles klar. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Max ist fast tot. Wir wurden angegriffen. Ähm. Dieser sagt doch nicht. Ja, das... Die sind tot. Seid ihr hier? Ist Frank hier? Ist das Frank? Ne, das ist Max, das ist Frank. Frank kommt gleich. Hier ist auch noch Loot, ne? Hier ist echt viel Loot. Wo ist hier jetzt? Also da, wo du die Tür aufgemacht hast, ne? Warte mal, ich glaube, wir haben den Geheimauftrag. Oder? Ne, den Geheimauftrag finden. Ne, wir müssen hier rein. Aber wir müssen erstmal die anderen looten lassen. Ich glaube, dass es nicht da drin ist. Du hast recht. Weißt du, was du geöffnet hast? Guck mal. Ich hab einfach nur den Durchgang geöffnet. Ja, ja. Genau, aber der führt genau dahin, wo wir schon mal herkamen. Weißt du wie? Der führt dahin, wo wir die ganze Zeit waren. Aber interessant. Ich geh mal nochmal außenrum. Weiter gucken. Kann nicht sein, dass es hier nichts gibt. Ey, irgendwas muss es hier geben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Einsatzgebiet. Sie verlassen hier Einsatzgebiet. Ja, okay. Ne, will ich aber nicht. Eingang. Aber bei mir ist ein feiner unten. Also das muss unten irgendwo reingehen. Unten. Also unterörtlich. Ich hab den Eingang gefunden. Du glaubst, du hast den Eingang gefunden? Ja. Wartet, ich komm. Kevin, wir müssen mal zu den anderen zwei. Ich bin schon. Achso, warte mal. Ich muss mal gucken, wo der... Achso, ihr seid da draußen. Ups. Genau, und da war ich vorhin auch. Aber da war nichts. Zumindest habe ich da nichts gesehen. Ich kann nur trafen, dass wir da so viel noch vorbeigetragen. Ach Gott, wir sind so... Na, okay. Äh, was haben wir jetzt? Ah, gut, okay. Hammer. Hab ich. Gut, okay. Ich guck mal kurz. Ist dir schon klar, dass du den Auftrag annehmen musst? Ne, ich hab den doch angenommen. Gruppenleiter auf, oder nicht? Lol, okay, ne. Ich hab auf jeden Fall einen Geheimauftrag angenommen. Das andere, was ist, muss man kaufen. Okay, dann müssen wir weiter zur nächsten. Lustig. Okay, wir können... Oh Gott, Gegner. Gegner. Massiv Gegner. Die patrouillieren übrigens. Also, wenn wir nicht unbedingt schießen müssen, dann müssen wir nicht unbedingt schießen. Das lässt sich ganz, ganz einfach lösen. Hm, praktisch. Hinter einem Polizeivarzeug? Jo. Hier. Ich bin schon hier vorne. Sind das noch mehr Gegner? Ne, das sind normale Leute. Äh, Leute, wo rennt ihr hin? Hier haben wir die Kinder auch veröffentlicht. Na, wir haben keine Markierung. Ne, aber ich hab gedacht, ihr seid schon hinter mir. Gucken, wo ich bin. Ich bin hier weit vorne. Ich warte mal her. Na, Frank, wir müssen hier in die Arme, richtig? Das war nur für den Tor, ne? Ich bin ein großer Fan, der die will schliessen. Mal. Ich bin da. Das war mal Waffen nachher. Ich bin da. Ich setz mich jetzt in diese Hambi und dann fahre ich los. Ja, wenn das gehen würde. Es fehlt hier ein bisschen, dass man hier mit dem Auto fahren kann, muss man sagen. Oder wenigstens fährt. Monik, hast du? Irgendwas. Bin aber voll. Ja, irgendwas, ja. E-Roller zum Beispiel. Ja, noch 400 Meter. Ist das jetzt die Mission, die wir eigentlich hatten? Ja, genau. Wir gehen jetzt zur der Mission, die wir eigentlich hätten. Ich glaube, da waren gerade Gegner, oder? Ja, da waren gerade Gegner. Okay, also die entdecken wir euch. Ich bin außenrum gelaufen. Ja, die haben einen entdeckt. Ja, die haben Max entdeckt. Schießen. Ja, Kevin hat zweimal geschossen, da waren schon zwei weniger. Schon mal sehr gut. Ja gut, das waren alle. Oh ey, ich werde beschossen. Ne, oder doch nicht mehr. Ne, jetzt werde ich nicht mehr beschossen. Sehr gut. Ich habe gerade eine Trophäe bekommen. Hat der auch einer von euch bekommen? Ne, ne. Okay, ich brauche jetzt. Bei Kevin glaube ich das, dass er keine bekommt. Dass er keine bekommt. Der hat ja schon alles. Ja, irgendwie schon. Oh mein Gott. Der ist so ein richtig dickes Ding. Also so ein Goldner. Ja, wir können uns alle mal drum kümmern. Da geht schneller. Ich muss noch kurz mal eine Waffe wegziehen. Oh, wie viel Schaden der bekommt. Ja, der ist weg. Können wir gleich looten, Leute. Können wir in der Fahne sein. Keine Menschen. Ja. Patrouille-Investor. Das ist doch gut. Die wäre ich jetzt mal ausrüsten. Jo, die könnt ihr übrigens ausrüsten, theoretisch gesehen. Ein Inventar. Also wenn du auf Inventar gehst und dann musst du mal gucken. Rucksack und so, Handschuhe. Da gibt es ja alles mögliche. Jo, Stufe 10 West ist das. Nice. Schuss. Ne, das war glaub ich kein Schuss, das war ich glaub ich. Äh, Gegner. Vor mir. Vor mir. Oh, der hat von mir nen Headshot bekommen aber. Oh, aua. Also Schaden machen die mehr. Also Schaden machen die übrigens, ne. Also etwas mehr als. Ja. Also da muss man schon, glaub ich. Lol. Okay, wir sind gleich da. Ist das davon ja nicht eigentlich auch nur ne Basis? Weiß ich? Ja, die Campus-Siedlung heißt das Ding. Ja, müsste auch eine Basis sein. Also laufen wir jetzt grad Basis zu Basis? Mit Henry sprechen. Ja, das ist die Hauptmission jetzt erstmal. Mal gucken. Mal gucken. Oh, jetzt. Ja, wir haben ne nächste Basis frei, ja. Aber wir können ja dann erstmal ne Haupt-, wir können ja dann noch ne Nebenmission machen, wo es 52.000 XP-Punkte wird. Problem ist halt Level 28, ne. Aber. Aber da hätt's doch Probleme wird. Na, es ging. Ist halt, man muss halt ein bisschen mehr in Deckung gehen. Mit Henry sprechen, ja wo ist er denn? Da vorne. Ja, ja, ja. Neue Einsätze? Äh, ich hab ziemlich viele neue Einsätze. Aber alles halt hohe Levels. Ah, das ist genau unser Hauptproblem jetzt. Also wir haben nur Level jetzt bis 30 sogar. 28. Oh, hier 100.000 XP-Punkte, echt? 140.825, Alter, hier kriegt man übel was. Aber das ist krass, das war letztens noch nicht. Okay, dann machen wir sowas, würde ich sagen. Aber wir müssen erstmal, ich muss erstmal mit den Typen klatschen. Bank Hauptquartier, wir müssen zu irgendeinem Bank Hauptquartier, was 0,2 Meter entfernt ist. Ach, wir müssen wieder raus hier, Leute. Alle mir nach, wir müssen wieder raus. Und dann müssen wir zum Bank Hauptquartier. Also, wir haben hier Level bis zu 14.000, also unter 25.000 XP-Punkte ist eigentlich nicht so wirklich was. Also das höchste, was wir bekommen. Also kann eventuell sein, dass wir trotzdem ziemlich schnell Level kriegen. Mehr wie auf jeden Fall. Aber was ist mit dem Kopfspit? Also ich glaub nicht, dass ihr so fix wie die auf meinem Schammer sagt. Naja, ich glaub, du kriegst mehr XP. Naja, macht Sinn. Wobei, du bist Level 500. Ich glaub, höher geht das Spiel gar nicht. Ja, ich bin schon voll Level. Was soll ich da noch an XP klicken? Oh Gott, das war ein Gegner. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Oh mein Gott, Magnussen hat einen schweren Unfall gehabt. Oh, den Tat, oh, alles weh, oh. Oh, der hat sich wehgetan. Oh, oh. Oh, der ist ein Gegner. Der hat eine Laderne. Gegner? Oh, Gold, äh, Lila, Lila. Ich glaube, hallo, ne? Ich bin tot. Shit! Da war ich zu, ich wollt, ich wollt, ich wollt zu viel. Danke übrigens fürs helfen. Äh, da solltest du jetzt nicht reinrennen, Frank. Das ist ein... Das ist ein... Ding 0-1. Ne, das muss... Danke übrigens fürs retten. Hm. Hm. Feindliche Übertragung empfangen. Das ist schmanklich, das ist Max nicht anders. Äh, das Gebäude betreten Missionssee. Hier müssen wir irgendwie rein in dieses Gebäude hier. Wir brauchen das, was aus der Air Force One gestohlen wurde. Oh, wir müssen was für die Air Force One holen. Aus dem Tresor. Ja, hier sind sehr viele Gegner. Gegnerstufe weiß ich leider nicht, aber sehr schwer, also Minimum 28. Sehr viele Gegner. Geht nur weiter. Ne, wir wollen nicht, es geht nicht ums... Ich geh mal hier rüber. Okay. Mach ich jetzt auch. Kicker. Oben ist ein Sniper. Oben? Da rennt ein da hoch Nicht den Helden spielen Oh, ich muss nachladen, leider Oben ist der Lieder, ne? Das Gute ist, Kevin kann die Leute ein bisschen doll anhitten Und der Rest ist eigentlich kein, oder? Also der Rest dürfte eigentlich gar kein Problem sein für uns Okay, kann man? Der Verschlüsselungscode, achso, Leute, der ist wieder hier unten Okay, ich muss wieder runter, oder? Hey, jetzt wird mir das hier oben wieder angezeigt Okay, keine Ahnung, wo ich hin muss Dein Gegner Rote Flagge, geil Eigentlich nicht Okay, wartet mal Ich schmeiß mal so ein Dial Wir könnten anfangen, wenn wir wollen Oben ist ein Lieder noch Ja, ist so gut Das hat immer so den Rang noch nicht Der Lieder, oder? Ja, Drang Oben Oben Alter, ohne Witz, ich mach die trotzdem ziemlich schnell fertig, ne? Auch wenn die Rang 28 haben Aber wenn die mich anhitten, war's das, ne? Ich glaub, da ist einer tot von uns Frank ist tot, ne? Ja Oh, ich bald auch Kennen, lebst du noch wenigstens? Ja Kommt runter zu mir Max hält die auch nicht Granate kommt auf uns zugeflogen Ich bin tot Frank ist komplett down Also weg vom Fenster komplett Danke Frank, wir helfen dir gleich Wir können dir wohl helfen, da ist jetzt kein Gegner mehr Okay, haben wir geschafft Okay, dann warten wir mal kurz, bis Frank wieder da ist Das war jetzt, äh Müssen wir hier rein? Ah, oben und unten Können wir aufteilen? Können zwei runter und zwei oben? Okay, ihr beiden unten Frank, Max, unten Ich, dann Kevin, oben Oh, Alter Oder müssen wir hier Das Verschüssungscode Ressorts finden Nein, wir müssen überall suchen Aber oben Ich glaube, ihr müsst hochkommen, leider Keine Neustartzone Keine Neustartzone Heißt, wer einer von uns stirbt, ist er raus Also die anderen müssen, ihr müsst übrigens hoch Geht noch? Jo Sorry, ich hab das jetzt, das Oh, Alter Schön, weg Sehr gut Also wie gesagt, zu sehr nach Gold Mit Schild Ich bin gleich tot Liegt ihr noch? Ja Der ist weg Können wir mitnehmen Übrigens könnt ihr alles mitnehmen Die Waffen und das, was er hier fallen gelassen hat Achtung, wir müssen weg Was ist weg? Oh Gott Können wir den an, dürfen wir den abbrechen Ja, alles gut Killt uns das? Also kann uns das wirklich killen, tödlich, sowas? Weil eigentlich Fenty Fire aus ist Was müsst ihr denn machen? Kurz suchen Na dann Warte, hier ist noch eine Tür Hier können wir noch rein Ich würde gerne wissen, was hier drin ist Jo, Waffe, Waffen Hier sind Waffen Oh ja Ja gut, okay Hab ich schon Nehme ich mit Verkaufe ich aber Mal kurz in den Inventar gucken Oh ja, das G36 Ja, das ist ein bisschen hell Hey, dunkel meine ich Bin drin Den Tresor am lokalisieren Warum ist hier Licht eingegangen? Gegner kommen Viele Gegner Oh, wirklich ganz schön viele Oh Gott Gold, äh, Lina Aber die gehen eigentlich, ne? Oder? Wie seht ihr das? Also Kevin brauch ich ja nicht fragen Aber Nee, aber für die anderen zwei Was meint ihr? Eigentlich gehen die Also ich finde Ich finde es okay Die Tötungsgefahr ist halt höher Weil wir halt nicht so ein hohes Leben haben Das sollten wir vielleicht in Zukunft Ein bisschen hochpushen Ich weiß nicht, ob das geht Bestimmt, oder? Ja, das ist abhängig Ja, echt? Okay Hier können wir noch looten Wir müssen noch den Tresorraum lokalisieren Der Tresorraum ist da vorne Da werden so viele Gegner rein sein Gold noch? Gold noch? Nee, das ist nicht Gold Was sah so aus, aber Hab ich Hammer Okay, haben wir Alter, die haben den Tresorraum ganz schön beschützt, oder? Junge, Junge Boah, Alter Lass mal mitnehmen Gegnerisches Funksignal abgefangen Gegnerisches Funksignal abgefangen Das ist nicht so Wartet mal kurz bevor ihr macht Lass uns erstmal hier noch den Scheiß hier durchs Looten Hier ist bestimmt noch was drin Wir müssen den Präsidenten da ausholen Geil Müssen wir hier rein? Ich gehe nach links Alter, das sieht nach Nicht mehr wieder zurückgehen aus hier Das sieht einmal Endbosskampf aus, oder? Täuscht mich da Ich gehe mal hoch Das sieht nach Endbosskampf aus Ich bin oben Tür geht auf Tür ist offen Kann man von zwei Seiten eigentlich rein bei euch? Nicht auf mich schießen Nicht auf mich schießen Was muss er denn? Das Terminal Können wir uns irgendwie ordnen? Ein bisschen verteilen so? Also zwei da, zwei da, überall dort? Weil Max Wer ist denn hier? Das ist Kevin, alles klar Goldner? Wir haben hier einen goldenen Kevin, wir haben hier einen goldenen Und Lila Und Lila Leute, wir dürfen jetzt nicht sterben hier, ne? Wir können nämlich sonst nicht mehr zurück Das ist ein Ergälder-Bünder-Bünder-Bünder-Bünder-Bünder Sniper, ja Der Golden ist bei uns Bei euch? Da kommt so ein Auto nach oben Bei euch Nein Hab sie verloren Ab und ist hier ein Down Ja Vielleicht hilft dir Frank grad Ist grad schwer Und wo ist denn kein Goldner? Weiß ich nicht Die wollen halt Die wollen das Terminal halt zerstören Wer ist bewusstlos von euch? Max Ich mach' Ich nicht mein Goldner Doch, der war hier auf jeden Fall Kann sein, dass er schon tot ist Da kommt noch mehr Da kommt ein goldner Sniper Aber das ist Oh Gott Der kommt zu mir Der ist tot Hammer Lila Hier, mach da Ich mach mit der andere Seite Wer ist denn hier mit? Frank, du bist hier, ne? Ja, Frank, wir machen die Zeit hier Frank, hinter dir? Hinter dir? Habe ich? Goldner unten Goldner Sniper Der kommt zu euch hoch Das ist tot Gibt's ein Weg aus dem Tresorraum, Isaac? Sind wir fertig? Das ist ein Weg aus dem Tresorraum, Isaac Sind wir fertig? Aus dem Tresorraum, null Treffer Oh, Sprengstoff legen Oh, Sprengstoff legen Aber wir müssen da durch, alles da Ihr solltet jetzt alle dort weg gehen Mach gleich bumm Weg dort Ein Weg nach draußen Ein Weg nach draußen Okay Wir müssen zum Präsidenten Ich weiß es nicht, es hat funktioniert Danke, Isaac Warte mal, können wir da Wie können wir denn hier durch? Müssen wir hier irgendwas zumachen? Frank rennt einfach durch, alter Ne, wartet mal kurz Ne, hier ist doch ein Hahn Wartet mal, ich mach dir mal zu Ne, hier gibt's doch ein Ventil Für ganz Schlaue Du musst nicht trennen Ja, Max Max Ihr zwei Cap, wir machen es wenigstens richtig Ne? Denk ran, wo die Orden kommen können Natürlich Ja, vor allen Dingen Versteh ich Deshalb sind wir doch durchgerannt Oh, ich hab den unter Strom gesetzt Das war nicht mit Absicht, Bruder Das tut nämlich weh So, ich mach mal den Aufzug auf Ja, ist der Tür Ja, ist der Aufzug Was heißt Tür? Warte kurz Tür? Ja Was heißt in 15 Sekunden? Da stand gerade irgendwas mit 15 Sekunden Achso, weil jemand Aufzug gedrückt hat, ok Ich hab den Knopf Leute, es ist jetzt wieder glücklich sein vom letzten Mal Präsident Eilisk lokalisieren Alles klar, wir müssen den Präsidenten retten Leute, Präsident retten Wie wär's, wenn wir den Präsidenten erschießen? Ja, naja gut Geht auch Geht auch Hier ist die Tür, hier geht's rein Achso, ihr könnt bestimmt nur von dort hinten rein Oh, Gegner Das Oben Goldner Ist das ein Goldner? Ne, das ist Leute, die sind ausgenockt Äh, Frank oben, ne? Oben durch das Fenster Mach den mal weg, bitte Unten ist noch so ein Lila, ne? Den krieg ich leider von hier nicht Bei Frank, geh in Deckung mal kurz Bevor du stirbst Bevor du stirbst Dillern ist tot Jop Er braucht ein EAPs und eine Funkverbindung Ein was? Ah, das hab ich auch grad nicht verstanden Präsident Eilis evakuieren Lass doch nicht weg von mir Leute, das ist ja Das ist ja Glaube ich, oder? Ist das der Präsident? Ne Na, ich glaub grad vor der DDR Ja, ich auch, ja Interagieren, ja, dann mach mal Ich bin's Ich brauche hier einen Heli Und zwar sofort Ja, das ist, glaub ich, der Präsident Der Präsident Der Präsident Dann sprengen Sie das Dach Dann sprengen Sie das Dach Oh, hast du Angst? Oh, bringen Sie mich zum Atrium Penner Ich bin nicht beim Chauffeur-Dienst Ah, eben Wir sind hier, um die Welt zu retten Um nicht mit deinen Arsch zu retten Achtung Wir kommen von oben ins Atrium rein Kevin, wir haben grad Feinde geschossen Gegen für eine Öffnung Gegner Hast du Feuermunition, Alter? Äh, Gegner, Gegner Andere Seite Genau gegenüber Goldner, Goldner Oh, das war mal ein Goldner Hä, wieso bin ich denn tot? Kann das nicht wahr sein? Ich bin tot Danke übrigens fürs Retten Was macht denn der Präsident? Ja, renn doch ins Feuer rein, du Lässt du ausstarten? Ja, naja Goldner Ich bin der Fratze Ich muss mich vorzuhören Gold ist tot Hä, was ist denn das? Über uns ist ein Heli Lass den mal, lass den mal entführen Meinste? Meinste? Das ist möglich Wir müssen aus der Banke kommen Okay Na das ist ein Haufen Scheiße Wir müssen hier runter Hier, Seidbinde, Seidbinde Alles klar Okay, wir müssen durch das ganze Gebäude zurück Das könnte jetzt interessant werden Aus der Banke kommen Geil Ich denke nicht, das ist interessant Wird ich denn, wir schaffen das Ich denke nicht, das ist interessant Der Schlachtzone bitte merken Ja Müssen wir hier runter? Kann man hier einfach runter springen ohne Schaden zu bekommen? Oh, wir haben ein bisschen Schaden bekommen Ich geh mal durch die Tür Oh, okay Hat schon jemand anderes geöffnet Gegner Oh, ziemlich viele Gegner Ich geh nach ganz links Ich geh nach ganz links Ich würde halt gerne die Goldenen erstmal zuerst weg machen Oh, der Goldener hat einen Sniper Goldener weg Äh Ja Ja Oh, nee Nee, nee Nein Nein Der Hält die Kommune hoch Ob du das überlebst, Max Danke übrigens Sniper, Max, pass auf Oh, stimmt Ja, oh, nee, oben Zwei Sniper Einer Jaja, einen hab ich grade weg gemacht Einer ist noch da Jo Goldener Goldener Ich glaub mit Schild sogar Wollen die uns unbedingt oder was? Oder warum sind da so viele? Ah, die werden immer mehr Das wird ja nicht weniger Wir sollten hier nicht sterben Max, ich deck deine rechte Flanke, okay? Boah, alter Cool da Boah, alter Boah, alter Schmeiß der Granate Wollen wir in den Feldbruch auf den Köder und Köder und Köder und Köder und Köder und Köder und Köder? Äh Meinst du den Goldenen? Köder und Köder und Köder, ja Ja Ja, das ist ein Superstand Ja, das ist ein Superstand Boah, alter Ja, das ist ein Superstand Jo Boah, fuck Rechte Flanke, rechte Flanke, rechte Flanke Rechte Flanke Zu viele Gegner Ich werde das ausdeziehen jetzt Oua, aua, aua Da kommt noch mehr, oder? Nein, da gibt es noch ein Spindel, noch gar nichts Wo seid ihr? So, okay, dann macht ihr das Oh Gott Drei Drei Zeig dich erstmal looten stufenaufstieg jetzt schon stufe zwölf direkt ich bin zwei stufen gestiegen ja das hat ok ich kann jetzt nicht eine neue mission kommen müssen das einsatzgebiet verlassen aber ja eine neue waffe werden hier beschossen oder ok gibt es noch irgendwo muni oder so sieht gerade mau aus bei mir ich habe ziemlich viel verloren ja wir müssen trotzdem auf max warten ja unsere mission ist jetzt zum weißen haus zurückzukehren da bekommen wir neue anweisungen ich weiß nicht wie viele das jetzt gab aber das muss einiges gebracht haben wartet mal ich kann die nebeneinsätze junge junge die xp punkte sind deutlich mehr als alles andere ich weiß was nicht welche wir dann noch machen wollen oh ne zernst kiste wäre bei mir wo wirst du denn oh das wäre ganz gut weil dann kann ich nämlich mal nachladen ja ja geht los naja ist erstmal egal naja aus lager ist und karriere betreiber also wenn sie in der runde drehen wollen kommen sie zu ja ja ne ja meldet euch bei mir und ich gebe euch weiter an frank da könnt ihr euch ja ich garantiere dir frank dass morgen auch viel los sein wird wegen dem rütteltag oh ja safe da könnte morgen tatsächlich mehr los sein gehen wir morgen dann mach ich bitte den sicherheitsabarmant den sicherheitsabarmant oh jetzt kommt ein neuer start geil restart Freunde an alle die grad vorm 1 gucken wachst du mach mal eier her jetzt wird eh erstmal restart geguckt ok nice ja doch ok also ich kann euch sagen die einzigsten level die wir haben bis also die höchsten sind bis 30 und die meisten sind 28 die meisten naja aber es ist halt trotzdem was eben das haben wir doch grad sehr gut gemacht da ist doch nichts dran ausgelegt ja das war aber hat jemand ne axt ich weiß nicht ob das jetzt level 28 war da stehen keine level bei der hauptmission doch die karriere hatten level 28 ähm ja also stufe 17 ist das nächste jetzt was wir machen müssen mit dem christian so jetzt restart fahrradis bleiben wieder voll stehen naja wie immer oh god das wird gleich so krachen ne ich geh kurz max erlösen ich geh kurz max erlösen ja verstoppen ist weg stein du musst schau ich also j die 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 was explodiert denn hier andauernd wer hat denn so lange weile nachher wer auch sonst warum lässt du ihn nicht einfach morgen das karussell wie den postus nicht mal anfangen ich habe keine sicherheit ist doch egal wenn du was aufpasst, dann haften die älteren Wälder genau achso und das Zehnpalt hier auf er glaube ich nicht mehr oder? weiß ich ja nicht so was nehme ich denn jetzt hier mit? ok das sieht eigentlich ganz nice aus nehmen wir doch das mal ich bin wieder da ja ich habe ja lange dauert können wir ja weitermachen alles gut du wirst hier abwesen während die Welt halb untergeht ja Kevin ist schon wieder eskaliert hier wie immer was das Vernehmgeräusche so na dann raus hier aus diesem kack kapuff ab zum Präsidenten wir müssen zum Präsidenten was Stehler oder Stehler Stehler raus ist clear hm ist klar klick nicht so wir müssen mal kurz warten doch sie blisten in Gefahr oh nein das juckt doch jetzt keinen genau das juckt wir haben oberste Befehle ja wir müssen ach warte mal Max ist noch nicht da wir müssen glaube ich noch auf Max warten doch 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 und doch und ist morgen eigentlich wird er die ukrainerin da oder ist da der hat er hat hat weg ich weiß nicht oder was doch ich denke nicht dass du so schnell erholt von ne das glaube ich auch nicht am Ende hast du morgen exklusiv ich mach mich doch schnell nicht aus dresden ne das glaube ich ne da war noch ein kopf was war da ein kopf was war da ein kopf achso wir können auch ein bisschen was abquaten wenn wir wollen hä was ist das jetzt was ist das jetzt was hast du denn ja ich hab das zu schnell weg gedrückt sein nächstes mal ist ne bei joni ne 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 die die presidenten treffen wo ist er denn hier ist er da ist er ja da passiert nichts das hat einfach geladen okay wir müssen hier rein leute wo seid ihr ach ihr seid wohl schon drin ne ihr seid ne das hat bei mir noch geladen also ich bin dran vorbei vielleicht eher so das geht halt immer noch warum jetzt eine güte da wird gleich wieder übersprungen ah da wären wir ich wollte ihnen persönlich wenn sie nicht gewesen wären wäre ich immer noch in der hand dieser hyena Arschlöcher ich komme nicht mehr von der Kaktur 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 ich komme mir das an wie Agent Kelce vermutet hat es wurden Proben eines Breitband-Virus-Daticums nach Washington DC geschätzt um die Regierung um es klar zu sagen du hast recht es ist eine Bekämpfung von Virusinfektionen ja das ist jetzt so eine heise Präsidentin ne oh toll oh toll ich hänge in dieser Sequenz einfach drin bin aber habe aber schon abgebrochen und ich werde immer noch quatschen kann nicht mehr laufen siehst du das hatte ich gerade auch echt ja auch nee ey ich hätte gern ein aha wir kommen jetzt hier raus wir kommen jetzt hier raus ich bin raus ich bin raus du musst kurz warten toll hier gibt's Essen das sieht zwar nicht gut aus ja Max was geht Max das ist doch scheiße könnt ihr mal herkommen bitte könnt ihr euch mal bei uns rein stellen das ist doch scheiße hier sollte ich mich denn bei dir einstellen ja wir kommen ja nicht raus du kommst nicht raus du kommst nicht raus Alter ich beende gleich ein Geh offline und wisst du was macht mich richtig aggro ja versuch dich doch rauszurollen du musst du umhören du musst du umhören du musst du umhören ich glaub hier ist so ne kleine du musst es wartet mal ganz kurz ja wir müssen mal gucken hab ich ne neue müssen wo ist denn hier mal okay also ich markiere schon mal den nächsten Nebenauftrag Stufe 28 aber ich will erstmal gucken ja ich will erstmal gucken was wir hier ich weiß nicht ob hier ein Shop ist hat die mal ne Ahnung ja wir haben das alte DCD im Auge behalten äh hier ne 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 ich weiß ja wo hier ein Shop ist muss hier ist ja hier markiert aber wir sind ja glaub ich im falschen Raum kann das sein Gruppenerweiterung deaktiviert Gruppenerweiterung aktiv so das ist das Hauptquartier nichts weißer Haus echt jetzt aber hier muss doch trotzdem irgendein Shop sein steht doch hier aber nicht hier draußen oder oh hier unten Leute ihr müsst mal Treppen runter jo hier jo hier hier da das Lager hier kaufen uah lol der Rucksack einfach mit ihnen handle ich gern Köfenbatterie Inventar jetzt kann ich eigentlich mal Müll hier verkaufen ja machen wir auch nichts besseres der Herr ne ne so was kann ich denn alles nützlose verkaufen das ist ja schon ganz schön viel ja fein die sinnlosen Waffen hier ich bin rein zufällig Millionär geworden warum Alter wie viel ja Sache der hat gecheatet Freunde das ist 131.000 Frank hat's gehört also unfassbar erstmal einen Haufen Sachen jetzt verkaufen hier was darf's denn heute sein ja jetzt hab ich 140.000 1443 kostet hier eine Waffe wow ich hab 2000 aber ich will euch eigentlich nichts verkaufen wenn ich's könnte würde ich dir Geld geben ja alles gut alles gut und wir haben eine Terror-Karte eine was ja eine Terror-Karte die will um die Uhrzeit die ganze Zeit spielen und maust einen die Türs ja ja das geht man die ganze Nacht so ja gut wo kann man hier upgraden hier kann man upgraden ok was kann man ja was kann ich zwei Fähigkeitspunkte erhalten und Vorteile zehn Stück Technologie zehn Stück ja das ist gut ja 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 Ah, ne, ja, das ist halt Quatsch jetzt, ne? Zielfernrohoptik 2, naja, machen wir das mal noch. Nice. Griff können wir noch mitmachen. Können wir auch noch Griff 2 machen. Ausrüstung kann ich noch machen. Kann ich nämlich Ausrüstung erstellen. Geil. Reparaturkit mache ich noch mal. Und das war's. Fähigkeiten. So was kann ich jetzt hier machen. Äh, Drohne. Okay, ich spare jetzt meine Fähigkeiten für weiteres Equipment. Um aufzustocken. Na nice, okay. Inventar. So, warte mal, jetzt kann ich doch eigentlich meine Waffe... Mod. Griff. Geil. Oh ja. Visier. Was kann ich für Sie tun? Okay. Mehr Kontrolle, mehr Stabilität. Ja, geht's sofort los. Oh. Durch mich ist es auf die Basis auf dem Maximal Level. Macht er echt jetzt? Ja, jetzt steht hier vorne. 8 von 8 fertig. Junge, 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 Junge. Also ich wär auch soweit. Ich hab aber schon nächste Mission gemacht, wo es ordentlich XP-Punkte gibt. Wenn wir wollen, können wir dorthin. Wenn alles soweit wären. Frank muss noch was machen. Okay, ich wart schon mal hier. Agent, wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Nun wird die Division angegriffen und Sie haben Verstärkung angefordert. Äh. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los. Was mich mal interessieren würde, wir könnten halt mit diesem Hubschrauber, der hier steht, auffliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Mission an... Dafür musst du ein bestimmtes Teil haben. Nee, also angeblich... Nein, dafür brauchst du, ähm, dieses... Wenn du im Shop bist, ist da dieses Paket, oder? Äh, das gibt's bei Add-ons. Dafür brauchst du das, ähm, Division 2, die Wurzels von... Echt jetzt? Okay, weil... Weil, das wird bei mir halt markiert, dass ich das machen kann, deswegen. Du kannst ja mal hingehen, aber du hast dir angezeigt, dass ich den kaufen muss. Äh, ja, ich geh mal rein. Gruppenerweiterung inaktiv. Du hast recht. Jo. Jo. Alles Zubi. Geil, wir können ja 4 vs. 4 spielen. Äh... Frank macht noch Behälter auf. Ah ja, genau, du hast hier Behälter, die du machen kannst. Aber ich weiß gar nicht, wo die nochmal waren? Scheiße, wo kann man die nochmal machen? Ja, indem du neben den Inventar gehst. Neben Inventar? Das ist so, äh... Da steht's bei... Bei Fortschritt? Nein, bei Inventar und dann unter dieser Panzerungsausrüstung. Da ist so ein Art Containerzeichen. Da drunter ist dann so ein Rucksack mit so... Achso. Neben den Handschuh. Ja, ja, nee, aber da hab ich null. Genau, genau, den meint das hier. Ja, da hab ich schon alle Kisten aufgemacht, die ich hatte. Also, kriegt man manchmal coole Sachen, aber auch nicht immer. Okay, jetzt müssen wir bloß auf Frank warten. Können wir? Na dann. Die rennen einfach vor, die wissen gar nicht, wo's hingeht. Okay. Ich geh mal... Ich steh ja hier noch. Also, wir haben 0,2. Es ist nicht so weit weg von der Base übrigens. Waffe hab ich noch. 14, D, C, D, Hauptquartier wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Ist richtig. Das ist ein Nebeneinsatz, ein neuer. Das könnte auch eine Hauptmission sein, weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es auf jeden Fall ein paar XP-Punkte. Zivilisten in Not. Zivilisten in Not. Ähm. Ja, ja, die sitzen gleich im Schlauchboot. 90 Meter Luftlinie. Das hast du zu dir auch oft gesagt. Na, na. Ja, du Arsch. Ja, du Arsch. Und das sind übrigens Gegner. Ja, wir müssen hier rein. Ja. Gegner. Das ist hier? Ja. Gegner Stufe 28, Hauptquartier. Okay, was machen wir jetzt hier? Mal reingehen. Aber hier passiert nix, wenn ich hier reingehe. Jetzt. Jo, jetzt. Oh, oh, fuck. Ähm, ja. Leute, jetzt am besten nicht direkt Vollpush, ne? Die Gegner... Äh, Stufe 28 übrigens, ne? 28. Nur mal so. Also, IG-Spiel bis jetzt immer, oder? Kann das sein? Wir hatten ja bis jetzt nichts anderes. Wie machen wir das jetzt? Ja. Ja, na dann. Geht los, Leute. Schusserlaubnis. Feuer, Feuer, Feuer. Aber geht immer mehr, mehr in Deckung. Ein paar hab ich schon mal. Die roten gehen, ne? Oder? Was sagt ihr? Die Lina nennen und das alles ist halt... Die roten gehen einfach. Ja, ja. Die roten gehen eigentlich. Wo seid ihr denn? Ich würde mich schon einschalten, wenn ich glaube. Lina? Da kommen ganz viele Lina raus. Nicht gerade wenig. Äh, Lina und Fahrzeuge. Fahrzeuge? Ach so, diese kleinen Autos. Ja, sieben Autos. Wenn jemand gehalten waren muss, ne? Weil die Krone kann ich. Ja? Wenn jemand gehalten war, ne? Oben einer sehr stark angehebelt. Ich verstände, dass er aber ein kleines Ziel ist. Auto? So ein kleines? Alter, was? Blutende Wunde. Was kann ich denn da machen? Explosionen können eine blutende Wunde verursachen. Sie können kontrolliert Schaden verursachen. Uh. Oh, wir halten dich da. Oh, das ist nett. Geil, du hast wohl so ne... Geil. Das ist gut. Das hilft uns jetzt. Danke übrigens. Wo sind denn hier die ganzen Gegner? Kannst du denn jetzt... Ich gehe ein Stück vor. Warum sind die alle markiert? Ich bin ein bisschen Gegner, ich habe noch nie gemarkt. Max, pass auf, ne? Ich gehe mal auf die andere, das ist der rechte. Achtung, da kommt ein Auto. Kann das mal jemand... Wie hoch ist die Chance, dass da jetzt gleich ein Goldner rauskommt? Er ist sehr hoch, glaube ich. Weil die Eingang sichern. Also, naja. Alter, was macht das jetzt? Tot. Okay, pushen. Kein Rhein. Keiner... Kein Goldner. Also noch nicht. Kommt noch. Ich lade nach. Ich bin drin. Was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen hier lang. Wir müssen nach oben. Munitionskiste. Wir müssen nicht nach oben. Hä? Oder? Schließen Sie Isaac ans Terminal an und besorgen Sie uns Daten. Ein Terminal finden. Wir müssen Terminal finden. Gegner? Wir wollen zum Admin-Terminal. Halt mich auf! Ah, wir wollen zum Admin-Terminal. Wer soll uns bitte aufhalten? Die Bögen sind in der Bögen sind. Wer ist denn bei mir, Kevin? Ich stecke die rechte Flanke, Kevin. Ah, wir schicken keine Gegner mehr. Terminal. Ich mache Download. Oh, das müssen wir jetzt decken wieder. Das Gebäude verlassen. Ja dann. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Treppen? Wir müssen auf der Nordseite wieder runter. Also auf die andere Seite, oder? Oder können wir woanders runter? Egal. Ich komme einfach wieder. Ich bin... Wir müssen das Gebäude verlassen auf jeden Fall. Yo, yo. Es scheint so, dass das Labor sich am besten mit dem Dekontaminierungsprotokoll stilllegen lässt. Das heißt doch auch nur, alles wird sterilisiert, oder nicht? Isaac findet kein Gas für die Dekontaminierung. Sie müssen die Zufall aktiviert haben. Nehmen Sie die Hauptleitung im Keller. Das sollte es wieder zum Laufen bringen. Können wir da rein? Yo. Ja, wenn das geht, dann... Hui. Die Typen durchstärkt. Können die Nüpfel machen. Jetzt nochmal Munizieren. Öffnen Sie die Brennstoffleitung. Ich bin full. Das sollte das Gas zur Dekontaminierung ausreichen. Lol. Oh Gott, ganz viele Gegner. Oh, yo, 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 yo. Gegner drinne. Haufen Lieder, ne? War sehr gut gescannt übrigens. Drei Stück. Der eine kommt hoch. Auf der Leiter. Kneite hinab. Jawohl. Die dürfen nicht hier hochkommen. Aber das ist ein Gold noch? Ne. Junge, der ist einfach... Der brennt einfach immer noch. Ich geh nach unten. Bin unten. Oh Gott, der kommt von der anderen Seite jetzt durch. Ach, das bist du. Da ist Karto. Oben. Da ist keiner bei dir. Oben. Gegner. Ich hab keine Angranaten mehr, leider. Oh, die kommt von hinten runter. Sehr gut. Die sind hier oben. Frank über dir jetzt. Das ist nicht genau über uns. Tod. Ist der Hammer? Hammer. Yo, Hammer. Das sind noch mehr. Oh, einer genau vor mir. Tod. Ich geh mal hier hoch. Nein. Von wo denn? Da war noch gar kein... Ach, in dem Nebenraum. Okay, das ist jetzt scheiße von mir. Weil wir haben ja keine Safe-Dings wieder. Alles gut, ihr müsst nicht direkt, ne? Sicher. Scheiße, der Kerl. Ja, der kommt ja auch. Thank you. Thank you. Thank you. Yo. Wo sind wir noch Gegner? Ja, wo ist das so? Boah, der wieder weggeflogen ist. Wieder einer. Agent am Boden. Irgendeiner ist tot. Max, okay. Ja, alles gut. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich bin so gut wie die Fratze. Geil. Frank, willst du Max auch? Scheiße, ich muss... Nee, der Frank wird nicht Max aufhelfen können, weil er selber jetzt gleich Fratze ist. Nicht gut, Kevin. Nicht gut. Könnt ihr herkriechen? Könnt ihr versuchen herzukriechen? Okay, wartet. Bleib stehen. Ihr müsst... Mach es, mach es, mach es. Lol, hä? Ach, lol, Missionszieher reicht. Na dann... Hier ist ein Hebel. Kommt hier bitte hoch auf die Plattform. Ach, nee, wartet mal, hä? Wartet kurz, wir müssen hier irgendwie noch... Ja, wir müssen noch hier hoch. Bevor ihr zum Fahrstuhl seid, weil oberster Stock müssen wir... Hä? Ja, das ist ja mit Fahrstuhl. Ach so, das geht da hoch. Aber die Markierung ist nämlich hier, deswegen... Oh Gott, okay, ich komm. Geh los, ab nach oben. Ja, wir müssen nach oben Frankfurt. Geht's hier weiter? Ja, hier durch, oder? Oh Gott, decken! Decken, vor allen Dingen, decken. Das sind nicht so viele, aber da kommen... Oh nein! Ich bin direkt Fratze! Die sind alle durch die Tür und haben alle auf mich geschossen. Okay, alles gut, ich geh erstmal in Deckung. Kein Stress machen, bitte. Komm zu mir hinter, komm zu mir hinter. Agent am Boden. Da ist noch einer tot. Wer ist es? Max, okay, ganz ruhig. Nee, alles gut. Erstmal decken. Kannst ja hinter uns kriechen, Max. Danke, Kevin. Ich heile mich erst mal kurz. Würden alle da und sein. Ja, es sind alle... Nee. Danke. Yo, 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 yo. Yo. Aber eigentlich hätte der ja damit selbst wieder belebt werden müssen. Also vom Spiel. Hm, komisch. Alter! Oh, oh. Sammeln. 25 Sekunden. 25 Sekunden Zeit. Was heißt das? Genau das heißt, da draußen. Ich bin tot. Ich war... Ich hab gebackt. Ich war... Ich bin einfach draußen gewesen, durchbuckt, wo die Tür zu war. Und bin einfach wieder drinnen gespawnt. Hä? Geil. Mensch, du machst Sachen. Danke. Mann. Was ist denn hier drin eigentlich? Oh, hier brennt alles. Also dieses verbrennt ja nicht von früher noch irgendwo her. Oh, ho, 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 ho. Echt? Ich auch. Schieß auf die Chemikalien. Die laufen aus und dann verbrennen die. Die dürften tot sein. Was? Zugang zur Leichenhalle. Gut. Was sind wir denn eigentlich hier? Minze? Sieht nicht so aus. Ja, ne, auch nicht. Alter, das sieht aus nach einem Bosskampf hier. Sieht halt wirklich aus wie so ein Bosskampf hier. Bereich sichern steht bei mir. Äh, Leute, da kommen ganz viele. Sniper. Sniper. Den mach ich. Gemacht. Noch ein Sniper. Gut, unten, oder? Weg? Ja. Aber ich will nicht nach vorne pushen, weil da kommen nämlich noch mehr. Es kommen auch Lidane dazu. Ja, ich hab den einen Lidane angehefigt, das sollte nicht so schlecht sein. Ne, der ist weg. Direkt gemacht. Oh, Moloktov kommt hier auf mich. Shit. 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 Ich brenne. Ich bin tot. Hä, durch was bin ich jetzt gestorben? Ach, durch Moloktov kommt hier. Wer ist denn da grad runtergesprungen? Von euch? War das Frank? Das sah so aus wie Frank. Ich hab kein Leben da. Frank ist tot übrigens. Ein Agent braucht Unterstützung. Ich gehe davon aus, dass die Outcasts das Blut von den Trägers benutzen. Wieso bist du denn runter? Weil ich gebrannt hab, Mann. Der ist nur von dem Feuer weg. Ich muss... Ja, okay. Was kommt da? Oh mein Gott. Äh, ja. Alter. Alter. Was? 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 Da waren grad Leichen drin, oder? Oder bin ich der Einzel, der das so sieht? Boah, ne, da waren welche. Ist aber normal. Hier ein Monetärer finden. Alter, hier ist alles voller Leichen. Ja klar, durch das Virus, ne? Krank. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Das war, das war Corona. Ja. Das sieht schön aus wie Corona. Das ist Corona-Version X. Ah. Wir sind noch nicht alle da, deswegen. Ja, aber irgendwann muss ich beeilen, wenn 21 Sekunden geht die Tür zu. Ja, ne, Frank lässt sich so ein bisschen zahl, so. Der hat halt die Ruhe weg, so. 1, 2, 1, 10, 9, 10. Der Maxi, jawohl. Einmal Tür öffnen. Was müssen wir jetzt machen? Alter, da ist so ein ganz... Was ist das? Das sind zwei davon. Wir dürfen übrigens nicht jetzt sterben. Er rennt überall hin, wo ihr könnt. Was müssen wir denn? Wir müssen diese Dinger zerstören. Einer von diesen Dingern tot. Junge, Alter, die haben nicht lange überlebt. Achso, wer hat so einen Hammer? Alter, boah, der Kevin hat den Feuer. Alter, die können nicht schießen. Alter, was sind denn das für Typen? Frank, äh, du sollst da weg. Okay. Da kommt noch mehr. Da sind noch mehr davon. Also nicht von der Sorte, aber... ...gehtnermäßig. Da kommen solche starken, fetten Dinger und dann wird das für die Dinger fangen. Aua. Gott, Alter. Was jetzt? Hier ist noch so ein Gegner? Weg! Oh, war der jetzt? Wo muss er denn jetzt sind? Agent, auf dem Rückweg kommen Sie an der Forschungsbibliothek des DCD vorbei. Jawohl. Forschungsbibliothek müssen wir. Geil. 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 Ich bin doch schon auf dem Weg, Mensch. Immer mit der Ruhe, Mensch. Müssen wir hier hoch? Denke, in so einem verseuchten Krankenhaus immer mit der Ruhe ist schwierig. Ich bin oben. Der hat's verstanden. Der hat's schon oben, locket der Pfeil. Ich warte auf euch hier. Ich hab ja jemanden vor uns irgendwo im Arsch gesteckt, Alter. Das ist nur weh. Ich schlug das vor mein Arsch. Ja. Geil. Ist uns alles gut mit euch? Alter. Äh. Deckung. De-deckung. De-deckung. Die hatten jetzt schon wieder geschossen, einfach. Ich muss nahladen. Alter. Boah. Die machen unten den Schaden, leider. Wieso brenne ich? Ich brenne. Ja, die werden einfach was hochgewogen haben. Die gehen da hoch. Nicht mehr. Sehen wir noch mehr? Das sind die Deathboot-Agentler mit dem Bomben. Die Rennowolkland zu. Achso, das ist das, was du mal gesagt hattest, ne? Ja. 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 Jawoll. Achtung. Wollst du, äh. Ich muss sagen. Ich hab keine... Ich kann nicht helfen. Ja. 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 Ich hab keine Verräumte wie ich nach vorne kann. Ich glaub ich bin der, der am wenigsten ist. Ich bin von allen Pauk hier. Alle Feinkräfte lokalisieren. Ja. Ja. Ja, der Frank, alter. Der kennt ja... Ja, da füllt sich Mutti auf. Das geht gar nicht. Töten. Datenanalyse dabei des DCD ist dort vorne. Stauen Sie sich nach Daten für Kelser um. Muss wir jetzt machen? Datenanalyse. Gut, dann mach ich mal Download. Datentransfer initialisiert. Äh Leute. Überleben während des Datenanalyse. Könnten jetzt ein paar Gegner kommen. Also ein paar ist gut. Ein paar mehr als nur ein paar. Jetzt muss man... Die kommen. Oh Gott. Ich bin zu weit vorn. Ich zieh mich zurück. Alter, die explodieren einfach. Ist das meine Muni? Okay. Max, du musst aufpassen, ne? Mach... Mach kein Risiko jetzt. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss da dran. Gold, ne? Werfe Granate. Was heißt denn? 50 Sekunden. Achso, bis da ein Transfer abgeschlossen ist. Ne, der andere ist noch da. Aber der ist... Der ist dort hinten. Komm her. Hammer, oder? Ja. Okay, er ist da. Wir müssen durch diese Tür hier, bei mir. Wir können jetzt da raus. Das Labor und die Proben sind vernichtet. Und es gibt nicht mehr viel, was die Outcasts von dort aus anrichten könnten. Danke, dass wir die da aufpassen. Gegner im Anmarsch. Keine, äh... Wiedereinstieg. Also kein Wiedereinstieg. Ja. Aber Munition erfüllen. Ich hab nämlich nicht mehr viel in meiner Schleiber. Oh. Äh, ich bin... Full. Aber ja, füllt euch Munition auf. Weil da könnten jetzt ein paar kommen und... Achtung! Tötungsgefahr. Ich mach die Tür auf jetzt. Da sind sie. Seien sie vorsichtig. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Ich geh mal... Alter, das brennt. Ist das unsere Vernichtung, oder ist das... Ist das wegen uns? Ich geh bloß ein Stück. Zum LKW hier. Weil jeder sollte sich mal eine Entdeckung suchen. Bin in Entdeckung. Also wenn wir wollen, können wir Angriff. Angriff! Muss nahladen. Aber man hat das G36 nicht ein bisschen mehr Munition. 60 Schuss wären doch viel geiler. Du brauchst nicht erst so aufklärt, dann bist du eh gleich dort. Wir rennten davor. Frank, da könnten auch noch mehr kommen. Gleich nicht. Nicht, dass du jetzt gleich einen Abgang machst. Das wär schlecht. Wir wollen doch nicht, dass wir killt. Aber wir müssen doch... Müssen wir nicht sogar vorrücken? Rechts, Kevin. Von euch rechts. Von dir aus... Von Max aus rechts. Ich glaub, wir müssen... Ich glaub, wir müssen da vorne, oder? Ich geh mal ein Stück weiter vor. Ich geh mal ein Stück weiter vor. Tod. Kommt noch mehr? Sieht so aus, oder? Die Vorplätze haben wir doch. Da kommen ein paar. Lieder, ne? Rückzug. Oder auch nicht. Oben, oben, oben. Die haben so ein... Alter, was sind das für Kreissägenautos? Junge. Frank, neben dir steht so ein Auto, ne? Hab ich mal weggemacht, ne? Wo müssen wir denn... Wie haben wir? Jo, gemeinsam geht das. Sind da noch mehr? Du bist down? Max ist down. Alter, das ist nix. Scheibende Position. Scheiße. Okay, ich muss den Kutzt hier. Ne, Kutzt. Beschäftige ich euch mit meinem Roboter. Danke. Bitte. Rein. Au, 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 au. Agent getötet. Einmal im Saas sind die nicht zu holen. Einmal im Saas sind die nicht zu holen. Brennt alles nieder. Das ist alles. Kürzüller. Oh Gute Arbeit Wir haben die Daten analysiert und Kerzer wird ziemlich begeistert sein, auch wenn es die Zeitkosten wird, sie zu verarbeiten. Bin mir da, Freunde. Müsst ihr jetzt eigentlich auf 14, oder? Sind wir jetzt? Noch eine Ausbruch ist das Letzte, was wir brauchen. Danke, Agent. Jupp. Nice. Also wir können von mir aus noch eine machen, es sei mir sagt, dass wir hören das mal auf. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Wir haben Bilder von Emeline, der Anführerin der Outcast. Das müssen Sie sich ansehen. Müsst ihr sagen. Ja, müssen Sie sagen. Ja, ne, wie gesagt, von mir aus können wir noch eine auf jeden Fall machen. Oh, ich hab Behälter. Oh, ich hab Behälter. Okay, also dann suche ich mal kurz was. Äh, wartet mal. Ich guck mal kurz. Das sind halt Nebeneinsätze, ne, wo wir halt übelst machen. Und alles anderes ist grad momentan nicht frei. Okay, hier hätten wir halt vollen Einsatz, aber das ist halt weit weg von uns, ne. Stufe 30 wär das hier. Nee. Hört ihr mich? Ja. Das ist halt die Frage, was wir machen wollen, ne. 28 oder 30? Oder beide? Hallo? Ja, ich hör dich, Kevin. Ja, dann sag doch auch mal was. Ja. Also, ich hab jetzt zwei Nebenmissionen rausgesucht, die bei uns in der Nähe sind. Rang 30, Rang 30 und 28. 20. Schwierigkeitsstory, was haben wir hier? Nebenmissionen, nur Nebenmissionen. Weiß ich nicht, was wir jetzt machen wollen. Agent in einem Außenposten. Machen wir, komm. Agent in einem Außenposten der True Suns scheint es ein Versteck mit Shatek zu geben. Okay, geht los. Wartet mal kurz, Angst hält dich noch rum. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich warte. Ich warte. Ich nehme ein Bauschritt zurück. Genau vor mich hin. Sag Bescheid, wenn wir können. Dann gehen wir zu den Nebeneinsätzen. Die sind immer so in der Reihenfolge. Das ist gar nicht so schlecht. Haben wir drei Stück hier. Der Max bedroht mich. Hilfe. Okay, wir gehen einfach. Ich geh einfach mal los. So, kommen wir jetzt hier raus. Da vorne. Jo, hier. Was geht denn hier ab? Mach eine Schießerei. Okay. Du bist erstmal klar. Erstmal Fratze bist du. Hier fehlt noch einer. Frank fehlt noch. Bist du denn? Frank sagt einfach nichts. Uns fehlt leider einer, Kevin. Oh Gott, hier ist ein Haufen Gegner. Wo ist denn Frank eigentlich? Wo ist Frank? Weiß er nicht, wo es rausgeht? Frank, weißt du nicht, wo es rausgeht? Ich wär von irgendwo beschossen. Das ist schlecht. Max, wir warten hier bei dem Bus. Bei dem Bus. Ich muss nämlich mal kurz Waffen tauschen. Ich muss nämlich mal kurz Waffen tauschen. Ich bin da. Das ist nicht sicher. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Also nicht hochlaufen, ne? Frank, nicht geradeaus hochlaufen, bitte. Und Kevin, da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Frank. Nein, aber ich glaube, einer von euch läuft weiter hoch. Ja, wir kommen. Das ist ein paar. Nein, das gibt auch irgendwann einen Leger-Lieb, als ich würde da losen. Piss die Scheiße. Okay, ihr seid da. Und hier ist das Objekt. In den Haus. Müsste das sein, ja. Aber hier ist eine Waffenkiste, hier oben, bei mir. Eine Victor. Ich glaube, diesen Scheiß hatte ich schon mal. Ja, den habe ich schon mal gehabt. Ich frage mich, ob die Waffen jemals noch mal besser werden, oder ob es einfach dieselben sind, bloß bessere. Oh, hallo. Äh, warte mal, sie verlassen das Einsatzgebiet, hä? Den Eingang finden. Äh, ist jemand schon drinne? Irgendwie fehlt hier einer von uns. Hier kommt man nicht rein, Leute. Doch, doch, schon, schon. Den Kapazität sind eingelassen. Ey, warte mal. Ja. Ist das nicht? Oh, sagen wir nicht, das ist diese Mission, die wir schon mal versucht haben. Natürlich. Oh, ne, das schaffen wir die erst recht nicht. Ich glaube, die schaffen wir diesmal wirklich nicht. Ja, aber ... Transmitter aktivieren müssen wir ... Äh, ich glaube, das ist eine ganz andere Mission. Oder? Okay, wir müssen da oben. Das ist dieselbe, die wir schon ... Ha, vielleicht schaffen wir die heute mal. Ich bezweifle das. Ja, das ist die ... Okay, das wird ... Das ist deine Motivation, Chef, von ... Müssen wir ... Ne, das müssen wir ... Ne, 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 ne. Nein. Au, oa, Alter. Natürlich, Alter. Aua, das tat jetzt weh, Alter. Okay, Leute. Wie viel Gold denn die Kamen hier? Okay, Max, du und ich hier wieder, ja? Auf der Seite. Ist einer tot für euch? Ne, das sah gerade so aus. Einer ist tot. Ich helfe dir, Max. Aber wenn du herkommen kannst, wäre es geil. Okay, bleib stehen. Sehr gut, Max. Alles gut, hier ist erstmal safe. Wie sieht es bei euch anderen aus? Alles gut soweit? Ich mach mal Center aktivieren. Ein. Ne, deaktivieren ist das, oder? Könntet ihr bei euch bitte den einen deaktivieren? Das ist markiert. Kommunikationsrelais offline. Ich empfange keine Breitbandübertragungen von dort. Und jetzt werden wir in den Versteck. Äh, kommt ihr bitte hier runter. Fahrstuhl. Jo, bin unten. Mach Munis, ja. Jo. Nehmt das mit, was ihr könnt. Hier sind nochmal Kisten, Leute. Wir müssen irgendwas bergen. Meine Munis ist voll. Gegner? Aber so einen Raum hatten wir auch schon mal. Okay, Sniper. Oh, Lieder und Sniper, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Perfekt. Oh, da kommt welche hoch auf mich. Ich bin da down. Ich stecke halt meine Flanke komplett. Der Goldner. Der Goldner. Goldner, dude. Aua, aua, aua. Jo, danke. Das Atrium sichern. Okay, Leute. Diesmal mache ich nicht den selben Fehler. Das ist nämlich so eine... Da ist noch ein Gegner. Okay. Behälter sichern. Soll ich das gleich? Ah, okay. Ich höre schon wieder Glas löschen. Fragen wir, was ist denn los? Ist es schon wieder soweit? Aua, da kommt welche. Oh, ich habe direkt einen Headshot bekommen. Oh, ne, ne. Das geht gar nicht gut. Was jetzt? Und nochmal. Jo, von hier oben. Shit, was machen wir jetzt? Gold. 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 Jo, jo, genau. Achtung, Granaten. Genau. Das sind gerade zwei Leute da. Oh Gott, die Granate geht genau auf mich hin. So, ich bin da. Aber auch, ne. Du auch? Wo bist du denn? Warte, komm hier runter, hinter dir. Aber hier oben sind noch Menschen. Ich auch. Sind tot. Sind wir alle tot? Ja, war jetzt doof. Wahrscheinlich. Oh Mann, das war jetzt schlecht. Schade. Okay, schade. Aber wir durften eigentlich hier wieder speichern. Also bei den goldenen, theoretisch, oder? Jo. Also unten ist eine ganz doofe Idee. Also einer sichert den Behälter und andere bleiben oben. Ich sichere den Behälter. Alle anderen bleiben oben. Bitte. Verteilt euch ein bisschen. Aber alle bleiben oben. Ich sichere den Behälter. Okay. Behälter, gesichert. Ich komm wieder hoch. Was jetzt? Oh, ne. Komm, Frau ist nie. Naja, da konntest du nichts machen, Frank. Ich bin hinter dir, Frank. Okay, die kommen ja alle durch. Wir können gleich wieder neu starten. Ich bin nämlich direkt Fratze. Max auch. Kevin, Max. Wir sind alle Fratze. Also ich und Max sind auf jeden Fall Fratze. Kevin. Jo. Ganz doof. Aber ne. Also dort bitte nicht nochmal in die Ecke gehen. Ja, kommt ja. Oh Gott. Oh Gott. Okay, eins ist das Gebiet verlassen. Verlassen wir mal. Irgendherum. Hast du gesagt, das war's noch nicht. Naja, das war halt jetzt gerade. Uff, Alter. Uff. Oh, hier ist ein Haar. Oh, hier gibt's nochmal ne Waffe. Äh, ja ne Pistole hab ich hier. Und. Äh. Ich bin einfach aus dem Fenster gesprungen. Okay. Ich bin draußen. Okay. Also wenn. Ich weiß nicht, ob wir noch was machen wollen nach zum Abschluss. Oder ob wir jetzt sagen, wir hören auf. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Da muss man ja noch so an. Mir soll es egal sein. Ein Agent braucht Unterstützung. Ich freue mich jetzt bewusst, dass wir draußen noch Ecken haben. Ne. Bist du jetzt tot oder was? Wieso gehst du auch so weit weg? So weit weg, das ist direkt vor euch. Kann man die Schwab nur wiederholen? Der ist jetzt schon wieder tot. Frank ist tot. Bleib mal stehen bitte. Also, wollen wir noch was machen? Oder wollen wir aufhören? Also, wir müssen keinen Haupteinsatz machen. Ja, dann hör mal auf. Gut Freunde, dann war's das erstmal für heute. Ich hoffe euch hat's Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm.